Ah, das ist auch ne geile Sequenz. Ah, komm. Oh, geflucht, der Wagen ist hin! Äh. Äh, geht doch mal hoch. Ja, komm. Dann nehme ich die! Wieder blockiert! Wir müssen dann vorbei. Sie haben einen Schuss! Halt den Kopf unten! Okay. Okay. Okay, geht los. Ach, sie macht das schon. Oh mein Gott! Achso. Ui. Achso, wir müssen uns ran. Okay. Wow, wow. Meine Güte. Ich lenke ihn ab. Auf ihn! Wer fahrt heute von der anderen Seite? So. So. Vielleicht nächstes Mal. Öh, hier ist gut mein Leser. Achtung, Scharfschütze! Und wir sind erledigt! So. Also, die Scharfschütze müssen wir auf jeden Fall mit als erstes erledigen. Ziel auf die Scharfschütze! Weil die sind, ja komm, am gefährlichsten. Also, ein Treff und wir sind super tot. Was? Was? Sie fertig! Oh, shit! Sieht wirklich aus! Ach, wir hatten doch Jumke jetzt. Oh, 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 oh. Scheiße. Waren wir das? Ja, waren wir. Okay. Ist das geil. Ich hab das komplett vergessen, alles Junge. Sofort! Ich hab das echt komplett vergessen, was hier alles noch kam, also jetzt so am Ende. Sehr geil. Den Stoß dann gegen eine Bombe tauschen, sich einen Zug besorgen, das hat er samt Monate lang geplant. Umso schöner, wenn wir ihm jetzt alles verderben. Ich glaub, wir sind fast da. Rührt sich nicht, ich helf dir. Kommt. Das ist echt schwer. Los, ich halt's. Okay, jetzt du. Danke. In echt ist sie ja viel größer. Es hört zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir. Sie ist zu schwer. Kannst du sie entschärfen? Wenn ich's versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Okay. Boah, die anderen rügelst sind ab und rum. Das ist definitiv die Lok. Hier können wir vorbei. Na los. Nein. Nein, nein, nein. Was ist los? Wir haben sie zugeschweißt. Shit. Hey, die Dachluke. Hey, die Dachluke. Ähm. Okay. Denk nicht nach, was du tust, sondern tu es einfach. Ja, komm. Komm schon. Ist auch zugeschweißt. Ist auch zugeschweißt. Ich muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast. Ich bin ganz ohr. Ein Stellwerk. Was? Ein weichen Stellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay. Gut. Oh, scheiße. Es gibt einen Wagen. Wir brauchen einen Wagen. Erledigt sie. Okay, ich hab einen Wagen. Oh, scheiße, Nadine. Los. Ah, komm. So. Ah, gib mal Gas. Ihr Jungs könnt einen einfach nie in Ruhe lassen. Ich hab nicht viel Zeit. Die Frage ist bloß so lang. Aber steh mal, das war, glaub ich, bei den Turms. Müssen wir uns jetzt echt beeilen? Was zum Teufel? Sam! Hey, Sam! Ach, du Scheiße! Hey, was geht? Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln. Oh, das war jetzt nicht so gut. Na, ich dachte, geht's nicht so tief runter. Ach. Oh, Trophäe. Äh, Kampffremde. Hey, Sam! Hey, Sam! Wohin geht's? Kapiert! Okay. 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 Ah, guck, 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 guck. Sam! Sam! Ähm, wo ist Nadine? Noch auf dem Zug. Wir müssen die Weiche stellen. Komm, komm. Rapp! Auf Blut, der Scheiße! Keine Zeit dafür! Hey, ihr Volltritte! Könnt ihr uns mal eine Minute geben? Fuck! Äh, ich hab das mit den Fessern zu spät gesehen. Beziehungsweise mit den Tanks. Boah, das ist aber auch ein Gerät hier. Okay, so reich, so reiche! Drücken! Los, los, los! Na, los, 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 los. Ah, komm, komm! Ich muss zu ihr. Warte. Muss das sein? Ich meine, sie ist ein großes Mädchen. Sam. Okay, ich wollte... Los, ich halte die Schacht. Okay. Du hättest uns auf den Weg gehen sollen. Okay. Ah, komm. Auf geht's! Äh, okay. Ich dachte, jetzt geht's schon wieder tief runter als gedacht. Obwohl das jetzt gerade etwas widersprüchlich ist. Okay. Da ist der Zug. Aber wie zur Hülle komm ich rauf. Ich seh keine Brücken. Oder Kreuzungen. Ach, scheiße. Ah, komm, 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 komm. Äh, pf! Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, die Brücke. Shit! Shit! Ah! 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 Ja, ich hab mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschau. Ja, Mann. Das werde ich richtig genießen. Na, los! Zeig dir, was ich kann! Na, ohne Brille sieht er doch schon ein bisschen anders aus. Ah, Gott. Verdammt! Nach wie dir! Ihr riskiert euer Leben? Und wofür? Eine Stadt voller Bauern. Mann, du bist unerträglich. Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern. Mein Volk wird sich wieder erheben. Ah, ich hab jetzt ganz vergessen auszurechnen. Mann, ich drück doch Kreis. Halt still! Ach, die Gründe! Du hättest nicht herkommen sollen! Scheiße! Komm zurück! Was hab ich nur an dir gefunden? Das ist mir echt egal. Gib schon auf, du Psychopath! Du riss! Ich dachte, ich hätte jetzt was drauf, Assaf. Das ist mein Land. Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Die Bombe? Ich kaufe mir eine neue. Ich brenne deine Stadt nieder, die... Ja, ich hab übrigens jetzt keinen Updates und so rund umlaufen. Ich kann mich momentan auch nicht mit dem Internet verbinden. Zumindest nicht bei der PS4. Sssst! Nicht kämpfen! Man sollte wissen, wann man besiegt ist. Komm, 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 komm! Das ist deins Ende! Ja, nach oben konnte ich jetzt nicht. Will das Spiel mich jetzt verarschen? Oh, jetzt komm ich hoch. Ach so. Ach so, ich verstehe. Nein, 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 nein! Ja, komm, 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 komm! Ich kenne dich. Du bist keine Heldin. Mein Krieg wird die Regierung stürzen. Die Schafe... Ja, das war jetzt bitte... Lieber sterbe ich tausendmal, bevor ihr gewinnt. Ach, shit! Ein netter Hinweis, die Brücke! Platte halten und kämpfen! Bring bis zu Ende! Ja, so sieht er echt schon ganz anders aus hier mit dem... Äh, ich nenn's mal zu tausend an. Ohne Brille. Du hast alles verdorben! Einfach alles! Meine Reinigung wäre wunderschön gewesen! Warum bist du nicht gestorben? Wir sind hier fertig. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Wir werden sich erheben! Wie der junge König hat auch ihr nichts erreicht! Wie du schon sagtest... Fortschritt! Belangt Opfer, nicht wahr? Fraser! Wir müssen hier weg! Oh, du mieser Stück Scheiße! No! Komm, los! Ah, komm! Alter, das ist echt geil gemacht! Ich hab... Das Ende hab ich komplett vergessen! Ich wusste es nicht mehr... Äh, komm! Könnte sein! Ich wusste nicht mal, was so... Jetzt noch so kommt. Oh! Ich hab jetzt... Fuck! Das Problem ist, ich hab jetzt hier auf... Äh... Auf Nadine geachtet. Ich dachte, ich würde sie spielen. Aber die Kamera gerade so ein bisschen... Oh, ich kann die... Ich kann die ein bisschen hin und her drehen. Ich achte schon wieder aus Nadine. Ich hab schon gewonnen, warum die Kamera so... Das könnte es sein! Ja! Ah, komm, 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 komm! Ah, komm, komm, komm! Ah! Könntest du vielleicht mal raufklettern, ne? Bitte? Verdammt! Oh, Sam! Geht da drauf, ich helfe euch! Oh, mein Gott! Alles muss gehen, das behaupten alle! Komm, gleich hast du's! Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja, das hab ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und... Asaph? Der war noch im Zug. Tja, hätte keinen netteren treffen können. Seht euch das mal an! Hehehe... 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 Wir haben's geschafft. Wie wahr? Hehehe... 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 Echt jetzt? Echt jetzt? Wenn überhaupt, wollte ich vielleicht mit dieser... Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen. Also... Nicht du! Äh... Ah... Sorry, ich arbeite nur mit Profis. Hehehe... 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 Wo ist der Schuss, Sam? Habt ihr... Oh mein Gott! Was, Sam? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht... Au! Okay! Oh man! Das war meine letzte Fluppe. Wann ist der schön. Ja. Wie viel... Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja... Bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen großzügigen Binderlohn. Stimmt's? Partner? Elbum. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Oh mein Gott, ihr meint es ernst? Ja, Freunde, das war Uncharted Lost Legacy. Ja, der letzte Teil der Uncharted Reihe, der rauskam zumindest bis heute, bis zum Jahr 2020. Ja, ich hoffe natürlich, dass es auf der PS5 dann auch mal wieder ein Uncharted-Teil geben wird. Oder vielleicht mehr oder... Ja, wäre sehr cool. Ja, wäre sehr cool. Ja, erstmal bin ich auf... Äh... Jetzt komm ich nicht auf den Namen. Genau, The Last of Us 2 gespannt. Ja, aber jetzt, wo ihr das seht, da ist er schon längst draußen. Ja, wie gesagt, auch ziemlich cool gemacht. Oh, das Ende so... Ich hab's gar nicht mal in Erinnerung gehabt. Das ist echt geil gemacht. Ja. Und ich fand's auch geil, dass der Sam dann wieder auftaucht halt und, äh, Nadine. Und, ja. Hm. Ich hab's. Privat. Sammler. Hä? Hört mir mal kurz zu. Ich verstehe ja echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht. Verdirbt den Moment nicht. Das war geil. Verdirbt den Moment nicht. Ach, stimmt. Die hat ja gesagt, ja, ich geb dir eine Pizza aus oder wir essen zusammen eine Pizza, wenn ich wieder zurück bin. Ziemlich geil. Kommt doch was? Nee, ich glaub' nicht, ja. Ja, wenn ihr die anderen Teile sehen wollt, die hab ich auch schon bereits alle Let's Blade. Äh, die findet ihr hier auf meinem Kanal. Ähm, die Uncharted 3 hier mit Nathan Drake. Ähm, die sind aber leider nicht in Voll-HD, äh, da zu diesem Zeitpunkt meine Leitung noch sehr, sehr alarmbar und ich konnte keine Voll-HD hochzuladen. Äh, zumindest hätte das den ganzen Tag für ein Video gebraucht. Ja, deswegen halt nur in 720p, ja. Ja, na gut, Freunde, ich hab' jetzt eigentlich alles gesagt, was zu sagen gibt zu diesem Spiel. Ähm, was als nächstes kommt, weiß ich noch nicht. Entweder, äh, The Last of Us oder ich fang' ne andere Reihe an. Äh, ich hätt' auf jeden Fall Bock mal wieder auf, äh, Sniper-Liede. Vielleicht mach' ich das, aber das entscheide ich dann spontan. Ja, als nächstes werd' ich erst mal, äh, wieder ein 60-Uhr-Part aufnehmen. Also, 60-Uhr-Let's Play. Ich denke mal, dass... Matter of Honor, äh, Frontline höchstwahrscheinlich. Muss ich mal schauen. Ja, doch, ich glaub' Matter of Honor kommt als nächstes. Ja. Na gut, ich lass' die Credits jetzt nochmal durchlaufen. Äh, ja, und verabschiede mich jetzt schon mal. Und, ja. Ja, okay, äh, vielleicht sieht man sich dann beim nächsten Projekt oder, äh, hallo frühestens beim nächsten Uncharted gibt's ja nicht. Äh, noch nicht. Ja, vielleicht bei Last of Us. Ja, mal schauen. Okay, das sag' ich mal. Ciao. Oh. Oh, das ist so cool. 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 Oh, das ist so cool.